Das Redundanzprinzip. Die gleiche Information in verschiedenen Kodierungsformen darzustellen, reduziert den Lernerfolg. Ein weitverbreitetes Beispiel dafür, Punkte auf einer Bauherbein-Präsentation werden zunächst von den Zuhörern gelesen, denn wir können nicht nicht lesen, und gleichzeitig liest der Vortragende die Punkte auch noch vor. Hier kommt es nun zu einer unnötigen zusätzlichen kognitiven Belastung. Daher gilt, wenn ein Bild oder eine Grafik bereits mit auditivem Text beschrieben wird, dann nicht noch zusätzlich einen geschriebenen Text hinzufügen.